Der könnte sterben, könnte. Jetzt tut sie's. Zu spät. Ah, schade. Stimdrone auf mir wäre super gewesen. Ja, Stimdrone ist auf mir gelandet, obwohl ich halb tot war, leider. Oh, fuck man! Alter, wie ich sie halt... eigentlich... Ach, knack dir da einen Kitten, ruf da auf den Drachen, genau. Ganz von außen kannst du tatsächlich Schaden machen, aber von außen kann kein Schaden an die gemacht werden. Achso, ATG. So, dann ist Heimlich clever. Nice! So, Kitten zurück, Floh, du brauchst die nicht heilen. Ja, was soll ich denn sonst machen? So, auf Lilith... Ja, den Mana aufgeben. So, da ist nicht die echte Sonja. Echte Sonja ist hier. Das Mana stresst mich nicht. Die gegnerische Nova hat schon abgecarried und die Sonja auch. Aaaaaaah! Ein Millimeter... Leute, gewinnen wir das noch? Ja, ne? Ne. Äh, Floh, tut mir leid. 3, 2, 1... Haa, die Runde zählt nicht! Oh Gott. Es würde ja heißen, wenn die Runde nicht zählt, würde es ja heißen, wir müssen noch eine spielen. Nein! Das würde es prinzipiell heißen, ja, doch. Nein! Und ich schien da so... Nein! Nein! Das Problem ist, ich bin ja erst zum Ende mit ETC warm geworden. Nein! Warte, ich frag einfach mal den Chat, lieber Chat, noch ne Runde. Ich bin raus! Alle klar, GG ist raus! Wie spät ist ne? Stufe 31 ist it! Ja, nice! So, das ist reicht! Ne, äh... Warte mal, ich kipp mal, wie spät ist das denn? Um zwei! Nein! Oh Scheiße! Ja, eine geht noch! Halt, was? Eine geht noch! 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 Ich muss eh mein Handy laden in der Zeit. Warum ist die Gruppe nicht mehr so... Warum ist die Gruppe nicht mehr so... Ich hab jetzt genau jetzt ne neuen Skin freigeschleißen. Wer fehlt denn schon wieder? Dann spiel ich doch glatt nochmal ne Runde mit... Ihm hier! Junge, ich spiel hier aus dem Paladin. So, ich, äh, ich sage mal gute Nacht, okay? Gute Nacht! Gute Nacht! Gute Nacht! Gute Nacht! Jetzt ist Deadly Kitten führer, wie dumm ist denn das? Warum kann ich denn nicht mehr ein bisschen mehr ein Führer sein? Ich bin ja jetzt weg! Muss sie... Achso, gib mal einen Rechtsklick oben auf sein Bild. Ja... Achso, sorry, jetzt hab ich das gemacht. Nein, ist mit mir gar nicht. Ja, sorry. Ich hab einfach auch irgendwie genug. Ciao! Frodo! Tschüssi, mach's gut und grüß schön, ne? Auf jeden Fall! Was geht denn jetzt gerade ab? Knutsch ihn von mir! Was tust du? Was denn? Danke! Hör doch mal auf jetzt andauern auf gewertetes Spiele zu gehen! Du Hurensohn! Lass mich in der Heldenauswahl! Hast du mich grad Hurensohn genannt? Ja! Hab ich tatsächlich! Ohne deine Mutter zu kennen! Ich entschuldige mich jetzt schon, aber du hast Spaß! So, wer kommt jetzt rein? Bad Ghost Rider mit... Gaslow! Ne, den nehm ich ganz bestimmt nicht. Ich nehm das, was noch gebraucht wird. Achso, aber du spielst auch Illidan? Ne, das ist ja auch groß. Ne, 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 warte mal. Da sowas frei ist, darf ich mal Atanis spielen? Mach halt! Okay, danke! Aber Atanis ist doch voll kack gedachtig! Der ist... Ich find den ganz nett! Der ist so'n... Der ist so'n... Krieger, der macht Schaden, kriegt auf die Fresse und stirbt. Kannst du nicht einwählen, der nicht stimmt? Ja, komm, machen wir gleich StarCraft Team auf, bitte! LOL! Ja, easy! Seratul, Tassadar, Atanis... Was gibt's noch so? Ja, das Problem ist, ihr habt beide keinen Skin, ihr seid uncool. Darauf lass' ich mich nicht ein. Hey, wenn du mir nen Code klar machst, aber ich zahl' nicht 99,99 für nen Skin... Oh, der kostet nur 4,99, aber der ist hässlich! Oh, warte mal, warte mal, warte mal! Ich zahl' nicht 99,99 für nen Skin, aber weg! Hey, wenn ich mit Seratul... Gib mal kurz 10 Sekunden, ich mach dir schnell nen Code klar! Ey, kannst du mir auch nen Code klar machen? Nein, Bert, du hast zu spät gefragt, tut mir leid! Kannst du uns allen nen Code klar machen? Guck mal, außerdem bin ich ja schon fast Level 10, ja, da hab' ich mir den Elite Skin ja theoretisch verdient und... Blablablablabla, der Elite Skin ist aber lame! Alter, dann gib ihm aber bitte den Zergfresser und nicht den, 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 den Scheiß! Niemand liebt den Ronin! Der Ronin sieht scheiße aus, Alter, das ist unfassbar! Nur Frodo... Also den Zergfresser hier so im Dunkel... So, und nochmal! Ey, yo! Könnt ihr euch bitte für die nächste Runde merken, was der M-Bay gesagt hat? Nicht aufgeben und nie vergessen, ist der Gegner zu stark, schrei lauter! Alter, ihr kennt M-Bay nicht, M-Bay will immer, dass ihr die Opfer... Ist der nicht M-Weil? M-Bay... Was du meinst, heißt Embargo? Jo, Tyrande Whisperwind ist bei uns, Mann! Nice! Wer? Tyrande Whisperwind ist die Anführerin der Elfen, Mann! Ja, stimmt! Aber die fand ich, die fand ich zum Beispiel in, äh, Warcraft 3... Ne, warte... Doch, in Warcraft 3, total scheiße! Echt jetzt? Ja... Na, die war echt nicht so cool! Ne, die war echt nicht so cool! Vor allen Dingen sie nicht, mit ihrem Scheiß... Mit ihrem Scheiß-Vollmond... Puma! Du musst Helden im Kreis drehen lassen und gucken, wie die aussehen... Die Untoten, die Untoten waren eh total immer! Ich hab die so gefeiert, mit dem Frostwürm! Dreh mal ganz schnell nach links-rechts, wenn du das gerade im Shop machst! Ja, mach ich doch grad! Und ich will halt gucken, wie die alle aussehen! Ich hab's heute nicht geschafft, alle auszuprobieren! Kennen wir doch schon! Wenn du sie ganz schnell nach links und rechts kannst du sie betäuben! Alter, kennen wir doch schon lange! Äh... Aber ich hab' noch nicht alle ausprobiert, deswegen... Was? Man kann wem betäuben, wenn du ganz rechts... Im Shop! Ich hoffe, du kannst die... Oder in deinem WhatsApp sind jetzt zwei Skin-Codes! Aber welcher ist welcher? Äh... Oh, Alter! Können wir bitte uns einfach beeilen? Jo, okay... Ey, warte mal ganz kurz! Das Skin ist jetzt schon wichtig! Ne, die kannst du eh später auch noch eingeben! Jetzt mach' mal keine Hack-Max hier! Mach' kein Hack-Max! Ich hab' nicht irgendwas, was ich noch nie gespielt hab' Oh, Mama-Kin-Hack-Kin! Oh, cool Malphurion-Skin! Aber der Commander-Skin von Rayna is nice! Äh... Leed, du sollst ganz kurz... Grazie-Leed! Lord Kirst soll dir was von deiner Frau sagen! Jo, kann er das später? Nein, das ist ganz wichtig, meint er gerade! Warum soll das wichtig sein jetzt gerade? Schwanger.com! Der hat mir in WhatsApp jetzt nix wichtiges für ihn! Ja, okay, während der Ladezeit jetzt gleich! Warte! Ähm, warte mal, wir haben jetzt... Wir haben Tank, wir haben Off-Tank, wir haben Assassin, wir brauchen Range! Ich könnte, äh, Rayna spielen! Äh, ja, könntest du tatsächlich! Könntest du wirklich? Also, wenn du willst, spiel Rayna, go! Ich persönlich würd' natürlich lieber Seratul spielen, aber wenn Rayna gebraucht wird... Und spiel' ich Rayna halt! Mit dem coolen Assassin-Skin! Ja, und ich hab' auch noch den geilen goldenen Tiger dazu! Fast perfekt! Dann geh' ich schnell... Wir brauchen überhaupt den Skin! Lol! Ach, den Skin! Wer soll mir das sagen? Ach, ich zieh' dich rein! Hué! Sag' ich da nur! Hué! So, können wir das jetzt bitte einmal noch rasieren? Finde ich schön! Das wäre sooo schön! Das würde mich sehr, sehr glücklich machen! So, welchen hab' ich denn noch nicht ausprobiert, so? Hahaha! Das kann ich den ganzen Tag machen! Ey! Nein! Ich wollte doch noch so vielen Helden Übelkeit zufügen! Hä? Achso! Oh man! This is making me very, very sad! So! Wir haben total ein Abfuck-Team gegen uns! Boah! So! Na ja, wie war das? Need! Meine mich alles liebende Frau hat mir eine Nachricht hinterlassen! Und ich liebe sie! Need! Ich liebe sie auch! Warum liebst du meine Frau? Verpiss dich! Ich kenn' deine Frau nicht! So, verdammt! Ne, 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 so meinte ich das nicht! So, aber was... Du bist doch garantiert nicht verheiratet! Immer auf Waller und Lilly, oder? Äh... Ich geh... Cosmic Shaparian! Ja! Ihr seid ja in einer nicht extremen Partei-Alternative interessiert! Äh, Floßen! Weißt du, wie die Map geht? Nö! Pass auf, guck mal auf der Map! Mittendrin! Spawnen! Hier! Und... Äh... Hier, glaub' ich! Hier! Zwei so Schatztruhen! Und die kaputt macht, kriegt man Dublonen! Die Dublonen gibst du ab mit Rechtsklick! Das dauert aber immer ein bisschen! Hier! Unten... Unten auf der Map, links und rechts steht, wie viel der braucht! Frodo, du solltest, glaub' ich, nicht bot gehen! Ne! Lied! Bist du, was lustig ist? Wir spielen das letzte Spiel des Abends und ich hasse die Map so sehr! Die letzte Spiel! Wir machen noch drei oder drei! Ne, am Arsch! Seid bitte positiv eingestellt! Deine negative Einstellung zieht rein in die KDA runter! Äh, Floßen! Ja? Hier! 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 Und hier! Und da, wo ihr jetzt seid bitte weg! Weil man kämpft nicht um den Watchtower, das ist Bronze! Und da, wo ich hinge... Flodo gehst hoch, soll ich sagen! Na, weil ich komm' hier super zurecht! Flo! Ja, 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 ja! Ich geh hoch! Äh, Floßen! Ja? Also da sind dann so ne Flaggen und da kannst du auch, wenn du die Gegner alle platt machst, die Bluten einsammeln! Alter! Flakken wir? Ja, wir können uns jetzt... Jetzt kommen aber auch Rayna und Lily dazu, also da ist nicht viel mit Gank! Jo, immer die Goldmünzen direkt aufsuchen! Genau so! Das ist ja schon fast zu einem Counter-Gank ausgeartet! Ja, das ist sogar extrem zu einer Art Counter-Gank ausgeartet! Die Münzen-Bot-Safe! Die Münzen-Bot-Safe! Ich tu das Schiff! Soll ich zum Schiff bringen jetzt den Schiff? Den kannst du direkt zum Schiff bringen, ja, ich komm' mal nach! Ja, aber mal auf, die Koppel auch hin, ne? Ja, ich, ich pass' schon auf! Rodo, keine Angst! Warte, Frodo! So, wir haben 4 Pay-In passt! Oh, drauf auf die! Wala! Die Klampe! Nice! Von weg mit dem ETC! Rund drauf auf den! ETC! Den Team haben gegen mich! Ja, das passt ja! Ja, Vorsicht! Zurück! Ja, bitte wieder auf die nächste Teile teilen! Sämtliche Wave töten! Ja, ich geh' runter! Waves töten! Äh, ich geh' runter! Warum, warum geht ihr runter? Ich bin doch die ganze Zeit unten! Ich weiß nicht, warum ihr runtergeht! Ja, aber wer geht's top? Wo geh' ich hoch? Ich stun irgendwas! Was? Ja, wir können mal ganz kurz hier, die sehen... Oh, schade! Wow! Was? Was willst' denn du back? Alter, du hörst eh nicht auf Calls! Warum willst du jetzt Calls geben? Ich hör' doch ab und zu mal auf Calls! Ja, die sind zu fiat in der Mitte! Wie geil ist das denn? Ja, ne, geht mal jemand bitte top! Ja, ich bin doch schon... Ich bin schon, äh... Ich bin Mitte kurz noch dazu! Ja? Ne, ich geh' top! Ich geh' farm! Haken, bisschen zurück bitte! Ihr verliert das Damage-Race sonst! Komm! Ja, du musst nicht kommen, also... Ja, also... Geh' zurück, mein' ich! Gönn dir, gönn dir! Darf's natürlich auch kommen! Das darf dir auch niemand verbieten! Sex wird der Freiheit in Deutschland! Ah, weiß ich nicht! Gibt bestimmt Momente, wo man aufpassen sollte, was man tut! Auf Kinderspielplätzen! Auf Beerdigung! Interview mit der Bundeskanzlerin! Wow! Das ist eher ein Challenge, ob du einen hochkriegst! Ja, okay, gut! Boah! Ja, was funny! Jetzt wird's wirklich disgusting! So schlimm! Also, die pädophilen Bilder auf dem Kinderspiel-Purz hatten ja noch halbwegs Humor, aber das... So, Bad! Bist du... bist du da? Ich hätte die Frage, ob du von Challenge oder Humor redest! Lillie und Raynor! Aber nee, komm mal, lass mal, lass mal rankommen! Wir sind zu nah am Tower, Alter! Ja, deswegen, ja! Kannst du so knicken! Ich hab' keinen Mana! 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 Oh, das ist schön! Ich muss B! Ich muss B! 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 ich gehe jetzt noch die beiden anderen ja nur in der Welt die in alle gestürzt alle hohe doch du hattest eine Münze der Bildung der Zettbewerbsdruck aber jetzt Lugert mich gemobbt alle vorgleichen noch ein Stück jetzt einfach ein Stück weg und dann passt das und okay und ich gebe es ab und dann passt das erst recht an so ich hab ich hab sie östet was ich jetzt will ja was willst du alter ich hab die mega ein Rüttel, also direkt neben dir, hast geschafft ja easy Bait for life Nein, ich bin wirklich nicht Ich warte eigentlich nur noch, dass die letzten drei Schüsse weggehen und Olle Schwarzbart wieder safe ist Aber die wollen dann selber erstmal payen, glaube ich Die haben wie viel? Vier Münzen? Die haben nur vier, was wollen die damit machen? Ach ne, die haben davor schon Die haben auch noch ein bisschen mehr Ne, haben sie nicht, die haben bloß vier Auf der Toplane sind Lili und Raynor Ich bezahle übrigens Ja, du könntest jetzt payen Ich bin schon lange dabei Hier, Lili, Lili So, unten sind Sylvanas und ETC Okay, jetzt Raynor Okay, weg, wieder weg